Ja, wir haben 1000 Gold, juhu! Und dann bist du gleich 77 und dann bist du wieder pleite! Das ist so traurig einfach. So, was haben wir sonst noch so? Da hab ich jetzt hier nichts. Also ich hab hier noch Fußsprungen und sowas, aber das ist jetzt nicht das, was ich suche. So, ich mag die Musik einfach am Schroßerbecken, ne? Die ist so schön. Gut, niemand will was von dir. Lass mich einfach in Frieden. Wäre gesünder für dich, dann drehst du dich um, hast 50.000 Tiere am Arsch. Wenn du einmal was Falsches gesagt hast. Oder ich mach aus euch Krokodilleder und Schlangenpaschen oder keine Ahnung, Schuhe, weißt du, was ich auch immer. Lass mich in Ruhe. So, was sind hier meine Flutpunkte? Lehrer für Kaltwetterflut. Hallo! Kann ich mit dir ein bisschen tricksen? Also 1000 habe ich über die 77, habe ich nicht. So, Flugpunkt, genau. Flugpunkt kriege ich den? Braucht ihr etwas? Schönen Tag auf! Schmeckt, als würde ich Motorfettöl trinken. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? So, was war das jetzt hier für eine Quest von ihr? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Der Vogel hier. Welch Freude, euch zu sehen! Darüber fliegt. Ach ja! Ich weiß es ja! Oh, mach! Amen. 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 Was kann ich für euch tun? Schönen Tag noch. Aber jetzt sollen wir den Pilz holen. Was ist mit dir, Nessing, Larry? Was habe ich bei dir noch nicht fertig? Welche Quest? Knochen vor... Achso, das ist die Quest oben. Ähm... Ja, dann lassen uns die doch eben den Angriff nehmen. Und ich glaube, es war sehr nah. Ein Tag, du hast es einen Tag, wir haben. Es ist ein Tag. Es ist ein Tag, du bist. Und es ist ein Tag. Ja, dann mal geht es alles. Ich bin das in den Tag. Ich bin da, was ich nicht kann. Ich bin da. Verstehe ich dich so. Mal beachten, ich bin da. Was ist das? Was ist das? Was geht euch durch den Kopf? Bleibt sauber! Was ist das? Was ist das wohl? Ja. Ja, wo ist das denn? Ich will jetzt verstecken oder was? Hat hier gerade irgendeiner umgelegt. Und der ist gerade noch im Respawn-Modus. Komm erst in den anderen. Hey, Mammut! Money! Ich dachte, da ist er ja. Ich bin jetzt nicht mehr. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Gut, ich bin auf dem Holz Oder geht das nur hier oben Äh, okay Alles böses im Bosch Ja, ja, wo du es da glaube ich Mastens auch So, was hat denn jetzt noch? Okay, ich bin auf der Karte, was ich noch nicht gefunden habe, irgendwo soll eine Quest sein, die ich jetzt noch nicht... Ah, da ist, okay, ich habe sie gefunden, naja, ist gut Ich mache sie mal den Wald vor lauter Bäumenlicht Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Ich wünsche euch keine Chance! Ja, das ist ja, ja, für Krokodile, ne? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020